Bei Bayer Leverkusen vergeht momentan kaum eine Woche ohne Spielerwechsel in der Aufstellung. Jetzt trifft die Mannschaft von Chefcoach Bosch auf Werder Bremen und der Niederländer muss erneut überlegen, wie er am besten gegen die Hanseaten aufstellt. Sven Bender hat Sprunggelenksprobleme und Kai Havertz ist krank. Beide drohen für die Partie auszufallen. Alternativ stehen hier Dragovic in der Innenverteidigung und Bellarabi für den Offensivbereich zur Verfügung. Linksverteidiger Wendell konnte bislang auch nur individuell trainieren. Wir gehen bei ihm davon aus, dass es wohl noch nicht reichen wird. Daher haben wir die Außenverteidigerpositionen mit Lars Bender und Weiser besetzt, wie dies schon zuletzt der Fall war. Wir warten aber auch noch hier die letzten Infos des Nachmittags ab und könnten daher noch eine Veränderung vornehmen.